Das Katz-und-Maus-Spiel rund um die Aarhus-Konvention, also um die Frage, ob jetzt die betroffene Öffentlichkeit in umweltbezogenen Verfahren zu beteiligen ist oder nicht, geht immer weiter. Und heute erzähle ich über fünf VWGH-Entscheidungen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob die NGOs, die Umweltorganisationen, Altbescheide anfechten können oder nicht. Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Martin Niederhofer von der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Und bei dieser Frage, ob man jetzt Altbescheide anfechten kann oder nicht, da gibt es sozusagen ganz klare Fronten. Die NGOs sagen, das steht uns zu, das ist unser Recht, wir wollen diese Altbescheide bei diesen Verfahren, wo wir ursprünglich nicht beteiligt waren, anfechten können und überprüfen lassen können und die betroffenen Betriebe sagen, das sind unsere rechtskräftigen Bescheide, die sollen nicht wieder aufgeknüpft werden. Und schon im Jahr 2019 hat der Verwaltungsgerichtshof gesagt, naja, eigentlich kann man zurückblicken bis in das Jahr 2009. Warum 2009? Damals ist die Grundrechtecharta der EU sozusagen in Kraft getreten und diese Grundrechtecharta verhilft ja der Aarhus-Konvention zum Durchbruch. Das war schon ein ziemlicher Knaller. In den nationalen Gesetzen sind dann Übergangsbestimmungen festgelegt worden, die gesagt haben, rechtskräftige Bescheide, die älter sind als 2017 oder 2018, je nach gesetzlicher Regelung, diese älteren rechtskräftigen Bescheide können nicht mehr aufgeknüpft werden. Und dann ist der Verwaltungsgerichtshof gekommen und hat uns jetzt dreimal zum Niederösterreichischen Naturschutzgesetz erklärt, dass dem nicht so ist. Warum? Erstens, der NGO, der Umweltorganisation steht einmal direkt aufgrund der Aarhus-Konvention Parteistellung zu und wenn sie Partei sind und damals nicht beteiligt waren, dann sind sie übergangene Partei. Und wenn sie übergangene Partei sind, dann ist der Bescheid gar nicht rechtskräftig und deswegen greifen diese Übergangsbestimmungen nicht. Mit dem jüngsten Judikat vom 01.06.2021 wiederholt der Verwaltungsgerichtshof genau diese Geschichte noch einmal zum Salzburger Naturschutzgesetz, genau mit der gleichen Argumentation, wieder zu einer Übergangsbestimmung, die auf einen rechtskräftigen Bescheid abstellt. Jetzt kommt der Konter. Die Niederösterreicher haben bereits ihr Landesrecht angepasst. Jetzt geht es nicht mehr darum, ob hier ein rechtskräftiger Bescheid vorliegt, sondern ob ein Bescheid erlassen wurde, wieder versehen mit bestimmten Fristen. Und ich traue mich darauf wetten, dass jetzt als nächstes wieder eine Antwort der Gerichte kommt. Und wie die ausgeht, werde ich dann in diesem Forum wieder berichten.